Hallo zusammen da sind wir wieder in den Elbenring mit Anna hier vor der Höhle des Weißen ausgestiegen und wollten doch eigentlich noch, das wollte ich ja eigentlich zuerst machen, jetzt haben wir aber hier hin. Hier habe ich ja extra den Steinschwertschlüssel für die Anna besorgt. Es wird schon wieder dunkel, es hat kurz geregnet, aber das kriegen wir noch nie hin. Ok, da ist Auto weich an. Goldenes Glühbirmchen. Oh, die sind glaube ich, haben wir da alles oder was geht jetzt? Das ist der, der mit seinem, da konnte ich aber nicht irgendwo noch abbiegen, ne, komm. Dann würde ich sagen, auf geht's. Hoch, ist irgendwo ein Aufzug? Das ist aber fantastisch, das ist im Herbst. Das Spiel ist im Herbst. Sehr beliebt. Oh, wer ist denn das? Ah, den kenne ich. Haben wir schon getroffen. Da liegt so viel immer auf dem Weg, gell? Wo waren wir da? Das ist die Festung. Ah ja, klar, da müssen wir jetzt ein Stückchen weiter vor. Wo ihnen das Parfümeur ist. Und da unten scheint das Licht. Da brauche ich jetzt meine Markierung hier gesetzt. Brauche ich zwei Steinschlüsse. Gut. Halt, absteige erst. Ich hab drei. Und ach, sehe, was da los ist da drinnen. Oh, jetzt hab ich noch einer. Also, wieder entstillte Katakomben. Oh. Gut, das schreibe ich mir später auf. Entstillte Katakomben. Ähm, Lampe? Oder Laterne? Okay, warte mal langsam. Ich weiß ja nicht, was auf die Zukunft zukommt. Gegner war schon. Der schläft, oder? Was zur Arbeit? Das ist feindlich gesinnt. Der hat so ausgesehen, wie wenn der da versteckt gewesen wäre. Auf dem Stuhl guckt, oder? Unterm Stuhl. Das ist dann auch so einer, ne? Go go. Go go. Go go. Okay, langsam, langsam, langsam. Denk dran. Da steckt eine Wende überall. Oh, das ist ein größerer. Das muss man auch. Oh! Das ist er mit dem Beil. Durch das, das ist durch die... Ach, du Scheiße! Ich bin nicht hin angekommen, ja? Bis kommt? Scheiss ich, ich bin der falsche Arzt. Bis sind der jetzt hergekommen, ja? Das kenn ich, die holen da. Ich komm nicht hin, denn? Das ist ja komisch nicht hin, denn? Konnte sein. Ach Gott im Himmel. Das kann sein, dass dann hier ein Bus lauert, der nicht so einfach ist. Unheimlich hier. Die Musik noch dazu, das macht dich ganz nah weh. Gräber, was Gräber, Talilja? Warte mal, wende irgendwo. Das wär ja schon, wär ein Hohn. Ne. Das sieht aus, wie wenn wir noch ohne müssen, ne? Nach unten. Oha. Guck erst, ob da irgendwo ein Absatz ist. Da, 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 da liegt schon was. Guck. Da müssten wir dann da drauf, oder was? Oder wie? Das könnte unter sicherer Tod sein. Schaffen wir das? Oh je. Wo ist der Hebel? Oh, ich seh nix. Ja, und wie kommen wir da drauf? Ach, da steht einer, oder? Da bewegt sich was. Ja, da komme ich doch im Leben nicht drauf. Da kann man dann, finde ich, noch rausgehen. Aber da runter kann man springen. Das scheint irgendwie durch die Pflanze. Ja. Okay, gute Idee, was wir da jetzt gemacht haben. Kann ich denn... ...ausluge irgendwie? Weiß, du bist ja arg eng hier. Ja, ich hab die... Jetzt hab ich sie wieder woanders dahin gedacht. Geh mal ein Stückchen vor. Da spring doch einfach nur, oder? Dass ich sehe, wer du bist. Der hat ein riesiges Ding da. So. Sieht mir so aus, wie wenn der da... Warte mal. Da komm ich nicht mehr hin. Okay, das hat jetzt keinen Sinn. Kein geistige. Aber wenn ich da runter springe, der... ...macht mich alle, ne? Und wenn ich ganz runter springe, bin ich alle. Ach, das sind jetzt immer diese Entscheidungen. Warum bin ich denn jetzt so drauf gesprungen? Ich weiß es, ne? Probier's mal. Oh. Du kannst hier nicht mehr. Finger. Okay. Wow. Hey, hab noch mal Luft, Mensch. Ich muss den von den Posten weg. Ah, fuck, ja. Jetzt hätte noch einer gebraucht, bestimmt. Und dann ein kurzer Nigger. Ah, du Scheiße, das bin, glaube ich, falsch hier. Ja, gut, nun müssen wir durch jetzt. Ich lande wieder aus. Ach, der hockt da in der Ecke. So. Okay, jetzt machen wir mal. Jawohl. Wir sind ja auch noch, also. Ja, das ist simpel. Ich glaube, der ist ganz schön verzögert, der Eier kommt. Okay. So. Noch einmal. Aber jetzt springen wir mal nicht an einer. Ich komme da auch an einer Stein her. Was ist denn das jetzt? Da kriegst du ja Angst. Mal den auch. Also einer. Ich habe gar nichts gesehen. Was ich da mache. Ich war blind drauf gewesen. Okay. Also, da kommen wir runter. Da steht der. Wir haben alle Leuchten da. Das kann sein, dass die hier ein bisschen kräftiger sind. so wenn er der schon bald da war ok die saßen jetzt kommt er doch alle hätten wir raus aber irgendwie noch einer kommt 1111 die zahl oder so langsam erst mal gucken was wir hier haben so wie es sich auch hört so man könnte erstmal die seele oder komm ich dann doch noch mal auf und da sind sie wie komme ich dann daher da ist der hebel die auch super neben drauf gesprungen und da ist die tür wenn ich jetzt mal die tür gefunden es könnten alles wenn das sei aber die sehen einfach anders aus denkt dass er das beibehalten in dem ganzen spiel oder passt das ist ein bisschen in einer burg oder sowas kann man das jetzt nicht vorstellen aber das wird ja nichts erheben so der moment er dreht sich bestimmt klar um gut aus ist jetzt nicht so elegant umgedreht wie ich mir vorstelle oder liegt noch ein kettchen kettchenleuchter und doch ein größeres areal das war ja oder guck mal unten ist das sind das alles gegner ne oder ach du scheiße ich hab ja das ist ja also das sind teils gegner oder doch also das sind teils gegner oder doch können da was sein dass er das alles war dass das alle war dass das alle war da war das um ach du okay lustig noch einmal oh ein hund wieder da ist ein paar tropfen schon anrausch gehört da gibt's gut der hund hat nicht viel ausgehalten in dem fall das war kurz dann steht man uns eine meine eugfrau kriegt so war es auch immer jetzt wieder a ok ich probiere ich kann noch mal mein glück sind wir da irgendwie drauf gekommen oder ohne dauert neben drauf zu springen damit zum aller liebste ach so der übe war mal mal ohne wo das hat gerade so gekreischt machen wir wenigstens auf da geht es dann irgendwo hat sich eine eine schwere tür schwere türen bedeutet schwerer bus redekopf verzeiht verzeiht mir lady warten wir mal gucken wenn wir richtig werden ok weil wenn die alle auf die stu zu stürmen hier dann dürfte es ganz schön abbeschweren flugscheu saal asche ach das sind flugscheu saale keine versteckte wand glaube es nicht obwohl Frommshaftwerke bringt es in der lage und denkt hallo komm Annie nehmen wir mal ja gut wenn wir weiter jetzt naja ok losermatt kommt so das doch das doch das noch ok dann würde ich sagen misst eh noch ein paar stein schwertschlüssel kaufen auch nix mehr weil die tür ist offen dann halt wo ich muss ja hoch jetzt erstmal wenn ich den nicht außer hoch klintern oder und mit einer rona da ist ja die tür ach du scheiße da muss ich da durch gut können wir runter springen durchlaufen und dann oder ist doch vielleicht schon noch vorher ne ne da sind sie ja ok ich mach erstmal einen Kat und hol mal die Schlüssel noch macht's gut bis dahin ne oh hallo da sind wir wieder in den entstellten Katakomben in Leone ja auf dem altes Plateau sind wir gell ja ich denke mal jetzt gehen wir mal da neu hab ich schon ausgerüstet die beiden ja nebel durchquen und gucken mal was uns da erwartet was oh und es soll dass die da oh die macht Feuer böse ne duke Junge bleib nicht durchstehen warte mal und es soll wenn wir mal wenn wir mal mit der habe ich jetzt nicht gerechnet wow ah fuck wo sind denn immer alle zwei Kumpels wow die hätte ich auch die hätte ich beinah gehabt die 13 Jahre Okay, jetzt muss ich auch noch was da machen. Der scheint doch, was dagegen zu haben. Wo kann ich durchlaufen? So, Achtung, wischt die Lampen gar nicht auf. Die werden wahrscheinlich nicht lang genug überleben. Aber die habe ich am Stärkstuf gerüstet. Boah, ich mache gar keine Schale bei der. Okay, die ist weg. Weg! Oh, fuck you, du Arschloch! Scheiße, ja! Ich habe gerade mal Seelau gesammelt. Die sind jetzt weg. Das macht nichts. Mensch! Bei was habe ich der Schill? Wo war denn der jetzt da? Ich habe jetzt mal eine Schale. Oh, das ist so. Oh! 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 Ok, die sollen dann beschäftigen und dann klebe ich auf Wasser. Das war's nicht so, ich werde jetzt auf die Wurde. Das war's nicht so, ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt hier in den Wurde. Das war's nicht so, ich werde jetzt hier. mein gott dann haben wir ja schon noch gehabt was war für machen für mehr in parfümeurin christian ja viel gibt es nicht aber mein lot mehr wenn die doze zwett auftaucht das ist schon heftig okay wir haben es aber ohne die ritter hätten was nicht geschafft okay erledigt mache ich einen cut macht es gut bis denn